Hey, hallo allerseits. Ich bin Fando und ich spiele Magnum Quest. Willkommen bei einem neuen Video zu Magnum Quest. Ich will heute erklären, wie man denn seine Einheiten hochlevelt, was man dazu braucht, wie viele Kopien man braucht und so weiter und so weiter. Dann hoffe ich, das müsste klappen. Guckt mal, wie viele Diamanten ich habe. Ich bin bei 30.000. Das heißt, ich kann eine Menge hochleveln. Ich müsste also viele Stufen euch zeigen können und will mal mit dem einfachsten anfangen. Ihr wisst ja, eure Figuren könnt ihr hier automatisch aufsteigen lassen bzw. hier kann man das machen. Und in dieser Maske kann man prinzipiell die Figuren aufsteigen lassen. Ja, ich bin ja nach wie vor vielleicht nicht mehr Anfänger, aber so im mittleren Bereich des Spiels. Natürlich ist das jetzt kein Inhalt, der für ganz hochlevelige Spieler interessant ist. Außer vielleicht, dass es Spaß macht, ein bisschen das zu gucken und zuzuhören, was ich alles so erzähle. Von daher ist das eher natürlich an die Anfänger gerichtet. Ja, und das soll erklären, was ich alles brauche, um eine Einheit hochzuleveln. Prinzipiell kann ich sagen, wir gucken uns mal die ganzen Einheiten an. Es gibt ja die von Natur aus legendären, also goldenen Einheiten, die so quasi immer ins Spiel kommen. Die gibt es gar nicht Silber. Und dann gibt es die silbernen Einheiten hier, die zu Gold gemacht werden können, wie zum Beispiel das hier. Das ist eigentlich eine silberne Einheit, die ist aber zu Gold schon hochgebracht worden. Und das will ich zeigen, wie das geht. Also, wenn ich mir angucke, was ich für silberne Figuren habe, dann habe ich schon ein paar mit einem Stern. Aber dann auch einige ohne Stern. Ja, jetzt kann ich das automatisch machen lassen. Und dann sieht man schon, die Figuren, die keinen Stern haben, da brauche ich drei von einer Sorte. Das kann ich natürlich auch manuell machen, indem ich einfach auf so eine Einheit klicke, wie zum Beispiel hier. Da klicke ich drauf. Ah, ich muss natürlich mich im Aufsteigemodus befinden natürlich. So, also jetzt nochmal. Dann klicke ich da jetzt drauf zum zweiten Mal. Das rote Ausrufezeichen heißt auch, dass ich die jetzt aufleveln kann, dass die bereit ist, dass ich was mit ihr machen kann. Und dann wird sie hier reingepackt auf den linken Slot. Ja, und jetzt kann ich noch weitere auswählen, aber nur die, die passen. Die anderen, die dazu nicht passen, die kann ich da jetzt nicht reinnehmen. Ähm, gut. Und da kann ich es wieder rausnehmen, ne? Also, wenn ich hier raufklicke, dann nehme ich nur die raus. Wenn ich aber quasi voll bin und ich klicke ganz links rauf, dann kann ich gleich wieder neu anfangen. Ja, nur so als kleinen Klick-Tipp, wenn es das überhaupt gibt. Okay, also das sind die drei, die ich jetzt brauche, um davon einen Stern zu machen. Ja, und das mache ich mal. Und dann seht ihr, aha, die ist aufgestiegen. Das sind die Werte, die jetzt dazu gekommen sind. Ich kann sie jetzt auf die Maximalstufe 125 bringen. Spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Beim zweiten Mal mache ich das mal automatisch. Und dann ist genau dasselbe. So, jetzt sind die aufgewertet. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich diese Figuren, die einen Stern haben, die silbernen, auch aufwerten. Und wenn ich da mal eine auswähle, wie zum Beispiel nehme ich mal die, dann seht ihr, dass ich zwar dieselbe Fraktion brauche, aber ganz andere Einheiten nehmen kann. Also, ich kann jetzt auch, wenn ich sie auf Gold bringen will, das ist eben die nächste Stufe, dann kann ich jede beliebige einsetzen. Ich kann auch zweimal dieselbe nehmen. Ja, und so kann ich auch entscheiden, welche ich dann nutze. Ich kann nicht zum Beispiel grün oder so reinsetzen, weil das ist innerhalb dieser einen Fraktion nur. Nur das kann ich machen. Ja, und ich will mal ein Beispiel nehmen für diese Figur hier. Wenn ich die hier aufleveln will, dann nehme ich natürlich die hier. Weil dann hätte ich zwei Goldene. Und die wiederum machen eine Goldene mit Stern. Ja, das wollte ich nur mal so sagen. Ich gucke mir also quasi immer an, was habe ich denn schon? Hätte ich jetzt zum Beispiel von der Figur hier schon eine Goldene Umrandung, dann würde ich die als erstes auswählen und dann die zwei anderen, sodass ich davon eine Goldene kriege. Also mit den Silbernen versuche ich so ein bisschen hin und her zu überlegen, welche Figur ich denn da aufleveln will. Okay. Gut, dann werde ich mir mal noch ein paar Figuren dazu holen und gleich geht es dann weiter. Ich hole mir Figuren dazu über Beschwören natürlich. Ähm, das mache ich gleich mal vielleicht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja noch mitgucken. Ich beschwöre einfach mal ein paar. Und dann seht ihr anhand dieser, ähm, dieser Strahlen, die da kommen, dass ich ein paar Silberne gekriegt habe. Würde ich eine Goldene kriegen? Kommen hier Goldene Strahlen? Natürlich nicht. Super. Und dann mache ich das gleich nochmal. Jetzt kriege ich eine Goldene Figur dazu. Ja. Die nutze ich quasi nie zum Hochleveln. Also nur in den allerseltesten Fällen. Warum auch? Ich kann ja die Silbernen nehmen. Die sind ja eh nicht so besonders gut. Also mit denen werde ich dann das Aufleveln, das Aufsteigen eigentlich machen. Gut, jetzt mache ich das automatisch. Und da seht ihr schon, ich kann diese Goldene hochbringen. Man braucht zwei Goldene von derselben Art, von derselben, ja, das muss dieselbe Einheit sein. Dann kann ich sie auf einen Stern kriegen. Das will ich gleich nochmal zeigen. Das heißt, das nehme ich raus. Und ansonsten immer hier die drei Gleichen. Das wird automatisch gemacht. Da müsst ihr euch eigentlich keinen Kopf machen. Gut, dann gehe ich jetzt zurück auf, ähm, ja, eins nach dem anderen. Bleiben wir noch bei denen, die ganz unten stehen. Wir hatten den, äh, ah, nehmen wir doch mal das hier. Die ist eine Goldene. Und die will ich jetzt erhöhen auf einen Stern. Also muss ich natürlich, darf ich nicht die auswählen, sondern ich muss natürlich den wählen. Und nehme dann zwei noch dazu. Und jetzt seht ihr, der ist zu einem Goldenen geworden. Und zwei Goldene, und das ist das nächste Aufleveln. Zwei Goldene, da seht ihr, wie sich das hier verändert, von drei Möglichkeiten zu zwei Möglichkeiten. Zwei Goldene kann ich zu einer Goldenen mit Stern aufwerten. Das ist also das nächste. Also, normale Silberne, drei Stück zu Silbern mit einem Stern. Dann Silbern mit einem Stern, drei Stück zu, von der gleichen Art zu Gold. Und zwei Goldenen von derselben Art zu einer Goldenen mit Stern. Warum sind die Goldenen mit Stern so wichtig? Naja, weil wenn ich mit einer Einsternfigur wieder aufleveln will, was brauche ich dann? Ich brauche noch zwei andere aus derselben Fraktion mit einem Stern. Und nochmal der dringende Hinweis. Ihr nehmt natürlich jetzt nicht sowas wie Feng oder so, also keine guten Figuren, sondern ihr nehmt die, die ihr zu Silber aufgewertet habt. Also beispielsweise die hier. Dann würdet ihr den Arthur bekommen mit zwei Sternen. Mach ich jetzt noch nicht. Dazu will ich nämlich noch was sagen. Ja, und dann hättet ihr ein Zwei-Sterner. Und um eine Zwei-Sterne-Goldene Einheit, um die höher zu kriegen, brauche ich nochmal eine Goldene Einheit mit einem Stern von derselben Art und Weise. Ja, das muss ich mal gucken, ob ich das euch irgendwann zeigen kann. Und dann zur Not spule ich dieses Video mal vor, beziehungsweise ich springe ein bisschen, dass ich das zeigen kann. Gut, hier habe ich was gefunden, da kann ich das zeigen. Also wenn ich jetzt diese Figur Feng, wenn ich den aufwerten will, dann brauche ich noch zwei andere Figuren, goldene Figuren mit einem Stern. Da nehme ich diese beiden. Das sind im Ursprung Silberne. Und dann bringe ich den hoch auf zwei Sterne. Das mache ich jetzt. Zack, dann ist er auf zwei Sterne. Wenn ich dann von zwei auf drei kommen will, was brauche ich? Ich brauche quasi dieselbe Einheit, nochmal den Feng mit einem Stern. Das brauche ich und dann komme ich auf drei Sterne. Okay, keine andere ist da möglich, also nochmal dieselbe. So, dann habt ihr schon einen Drei-Sterner. Gut, was muss ich jetzt machen, um den Drei-Sterner hochzukriegen? Ich brauche jetzt eine beliebige Figur aus derselben Fraktion natürlich mit drei Sternen. Und jetzt ganz wichtig, da nehmt ihr natürlich keine legendären. Die sind ja viel zu wertvoll, die will ich ja selbst hochbringen. Also da muss ich dann so lange die silbernen Figuren aufwerten, aufsteigen lassen, bis ich davon eine habe, die drei Sterne erreicht hat. Erst dann mache ich das mit den legendären Figuren, dass ich dann diese Drei-Sterne-Figur, diese ursprünglich silberne Figur zu der besonderen legendären Figur dazu packe. Ja, das will ich euch mal zeigen. Also ich will mal versuchen, ich hoffe das schaffe ich, dass ich hier einen Drei-Sterne-Held hochbringe zu einem Vier-Sterne-Held. Dazu brauche ich eben eine Drei-Sterne-Goldene, eine Drei-Sterne-Goldene Figur aus dieser Fraktion. Und da ich hier so ein paar Ein-Sterne habe, versuche ich das mal hinzukriegen, indem ich ein Stern nehme und sie auf Gold mache. Das mache ich nochmal, diese Figur und ich packe sie auf Gold. Damit habe ich schon den ersten Ein-Sterne in Gold. Jetzt brauche ich noch eine davon. Ja, jetzt löse ich mal ein paar von meinen Drachensplittern ein und beschwöre eine Menge in der Hoffnung, dass ich das bekomme. Und dann kann ich weiter dieses Video machen. Also werde ich mal ein wenig beschwören gehen. Ich hoffe das klappt, damit ich euch das alles zeigen kann. Das ist natürlich ein dickes Like dann wert. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked. Und meinen Kanal unterstützt natürlich durch dieses Like, durch mich weiterempfehlen, durchs Abonnieren oder gegebenenfalls eine Spende oder auch eine Mitgliedschaft. Also wie auch immer, das würde mich sehr freuen. Okay, ich probiere es mal. Vielleicht spule ich ein wenig vor. So, dann machen wir jetzt weiter. Ich kann jetzt Issa aufwerten. Und das kann ich machen, weil ich einen 3-Sterne silbernen Helden habe. Die kann ich jetzt zusammenbringen. Und was passiert? Sie wird zu einer 4-Sterne-Figur. Jo, eine 4-Sterne-Figur. Wenn sie zu 4 Sternen geworden ist, kann ich dann auf 5 Sterne aufrüsten. Wie funktioniert das? Von 4 zu 5 Sterne ist genau dasselbe wieder nötig. Nämlich ein 3-Sterne-Held. Und vielleicht kann ich euch das zeigen. Also von 4 Sterne aufrüsten brauche ich wieder, seht ihr hier, eine 3-Sterne-Figur. Dann bin ich bei 5. So. Und jetzt gucken wir uns die 5-Sterne-Figuren an. Wenn ich 5 Sterne habe, wie hier, was brauche ich dann? Ich brauche dieselbe Figur wieder. Und zwar mit einem Stern 2-Mal. Also eine reicht nicht. Ich brauche nochmal dieselbe Figur mit einem Stern. Das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Das müsst ihr mir dann einfach so glauben. Ihr seht es ja auch hier. Und dann habe ich es geschafft, dass ich sozusagen nicht mehr 5 Sterne habe, sondern so eine, ich weiß nicht, Platin-Plakette oder so. Das sieht dann so aus. Das kann ich euch zeigen, weil mein Winden hat das schon. Das sieht dann so aus. So eine Umrandung, so ein besonderes Abzeichen. Und dann braucht man immer nur noch eine 1-Stern-Version von dieser Einheit. Wenn ich den hätte, dann würde ich den auf die nächste Stufe kriegen und dann würde hier eine 1 stehen. Wenn ich den nochmal als 1-Stern-Figur hätte und den aufwerten würde, würde eine 2 stehen, eine 3, eine 4 und eine 5. Und das war's. Ja, so müsste das funktionieren. Also es ist ein bisschen durcheinander, wie das gemacht ist. Aber so ist es nun mal. Silber kommt zu Silber mit Sternen, zu Gold, zu Gold mit Sternen und dann Gold mit 2 Sterne. Und bei den Gold mit 3 Sternen gibt es so ein bisschen so ein Break. Das ist nicht so leicht, einen 3 Sterne auf 4 Sterne zu kriegen. Wie gesagt, ihr braucht noch andere 3 Sterne aus derselben Fraktion und dann von 4 Sterne nochmal dasselbe, noch ein 3 Sterne aus derselben Fraktion. Und wenn ihr dann auf 5 Sterne seid, dann geht es im Prinzip ein bisschen leichter, wenn man so will. Also diese Wand nicht mehr weiter zu kommen mit dem Aufwerten, die es eigentlich bei 3 und bei 4 Sternen erreicht. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich für euch. Ihr seht, dass ich dadurch jetzt auch wieder aufgestiegen bin bei dem Magier Level. Alle Magiere kriegen jetzt halt bessere Werte. Und guckt mal, was ich ausgegeben habe. Also jetzt habe ich noch 13.000 Diamanten übrig. Ich habe einiges ausgegeben. Aber nun ja, ich wollte euch das ja zeigen, wie das so funktioniert, sodass das Aufleveln irgendwie jetzt klar ist. Wenn ihr noch Helden benötigt, wo könnt ihr denn Helden herkriegen? Natürlich durch die Beschwörungen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Beschwörung. Ihr könnt die normalen Beschwörungen machen. Dazu müsst ihr diese Karten ausgeben. Oder wenn ihr die nicht mehr habt, diese Coupons, dann eben die Drachensplitter. Dann könnt ihr natürlich eure Freundschaftspunkte ausgeben. Oder wenn es entsprechend die Fraktion ist, die ihr braucht, dann könnt ihr natürlich auch die Fraktions-Coupons ausgeben. Und ansonsten theoretisch auch noch das. Aber für Silberne würde ich die natürlich nicht nutzen. Hier kann ich mir aus einer Fraktion einen aussuchen. Und hier kann ich mir prinzipiell eine Figur aussuchen, die gerade passt. Das ist natürlich nett. Wo kriege ich noch welche her? Naja, im Shop natürlich. Wenn ich auf den Shop klicke, dann kann ich Einheiten kaufen. Ich könnte theoretisch hier noch so Beschwörungswürfel kaufen. Ich kann aber auch direkt hier einkaufen gehen mit diesen Ruhestandsmünzen. Oder ich kann direkt hier meine Prüfungsmünzen ausgeben und dann Einheiten kaufen. Also ich habe da ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel auch hier, wenn ich dann geschafft habe, ins PvP zu kommen. Wenn ich das freigespielt habe, dann kriege ich auch hier noch Punkte. Sogenannte Drachenherzpunkte. Und dieses Drachenherzblut. Damit kann ich dann auch noch einkaufen gehen. Also ihr habt schon noch immer ein paar Möglichkeiten, eure Einheiten zu vermehren, um dann die richtigen zu bekommen. Aber ja, jetzt habe ich das einigermaßen erklärt. Heute hoffe ich, wie man also aufsteigt und je weiter die Einheiten aufgestiegen sind, ihr habt es ja gesehen, desto besser werden die Werte. Jetzt muss man nur noch wissen, welche Einheit sich denn wirklich lohnt hochzubringen und bei welchen man das nicht unbedingt machen sollte. Weil wenn ich natürlich jetzt Einheiten, die nicht so stark sind, nach oben bringe, dann fehlt mir das im Endgame letztendlich. Also die Ressourcen sind dann erstmal weg und so. Das ist dann natürlich nicht so schön. Also sollte ich schon ein wenig wissen, welche Figuren sind denn gut und lohnen sich, sodass sie auch langfristig immer noch zu den besten Figuren zählen und ich das nicht umsonst gemacht habe. Aber das wäre dann ein anderes Video. Okay, also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht zu liken, was ich schon gesagt habe. Und ja, wir sehen uns dann bei einem weiteren Video zu Magnum Quest. Macht's gut, euer Fando sagt. Ciao, ciao.